Hallo und Servus bei der Premiere des American Song Contest hier bei ServusTV. Wir heißen Sie herzlich willkommen! Mit Snoop Dogg und Kelly Clarkson. Hier brennt's auch bei uns. Ich merke, dir gefällt's. Ah, Elton John spielt Gitarre. Der Michael hat sich einfach gedacht, so den Jungen, den zeig ich jetzt nochmal, wie man das macht. Gelungen. Das, was hier in der Vorrunde stattfindet, das schaffen andere Shows nicht einmal im Finale. Lasst mich bitte mit dem Lied nie auf der Autobahn fahren in Österreich. Niemals. Weg ist sie.